Recht analog lässt sich das folgende Problem lösen. Der Hamster soll alle Körner auf dem aktuellen Feld einsammeln. Und eine iterative Lösung, also ein Algorithmus, der eine Schleife verwendet, sieht so aus, wo als Sammlist eine Prozedur, die definiert wird als Wildcorn-Dar-Nimm. Eine direkt rekursive Lösung sieht relativ analog aus zu der Lösung von dem vorhergehenden Problem. Samml-R, ja solange wie noch ein Korn da ist, nimm und dann rufe Samml-R erneut auf. Das heißt, im Prinzip wird Samml-R hier erneut aufgerufen für ein Problem, was jetzt aber durch diesen zunächst hier erfeuchten Nimmbefehl reduziert ist. Das Problem reduziert sich immer weiter, bis irgendwann kein Korn mehr da ist und danach ist die Rekursion beendet. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem.